Mit den 80ern verbinden wir auch die Kassetten, damit verbinden wir vielleicht auch Abende unter der Bettdecke, wir hören drei Fragezeichen mit der besten Freundin oder dem besten Freund und daran erinnert man sich natürlich gerne wieder zurück. Die Kassetten, die wir heute haben, decken genau diese emotionale Komponente wieder ab. Am besten fand ich den MP3-Player in Kassettenform. Zum einen halt vom Design und weil wenn ich unterwegs bin, kann ich meine MP3-Musik hören und wenn ich dann unterwegs mit dem Auto bin, schiebe ich es einfach in ein Kassettenfach und benutze es wie eine Kassette. Musik 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 Musik